So, weiter geht's. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie wir einen ersten Menüpunkt und einen ersten eigenen Inhalt erstellen und das Ganze auf unserer Seite anzeigen lassen können. Wir nehmen jetzt tatsächlich als gegeben hin, dass unsere Seite jetzt genauso aussieht, wie sie hier halt eben aussieht. Das heißt also eben die Standardinstallation einer Joomla-Seite mit dem aktuell eingestellten Frontend-Template Casio Pire. Also ihr könnt euch auf diversen Seiten kostenfreie Templates runterladen oder halt eben auch kostenpflichtige Templates ganz doll hervorzuheben. Ist da auf jeden Fall U-Themed. Die haben richtig klasse Templates und ein richtig tolles System. Darauf komme ich in späteren Videos auch nochmal zu sprechen. Aktuell nehmen wir erstmal halt wie gesagt als gegeben hin, dass wir eben genau dieses Template haben und arbeiten halt mit den Standard-Bordmitteln, ohne irgendetwas zu verändern. So sieht unsere Seite dann eben aus. Wir gehen jetzt einmal zurück in unseren Administrator-Backend-Bereich und das Erste, was wir jetzt mal machen, ist, dass wir gemeinsam einen Menüpunkt und einen dazugehörigen Beitrag erstellen. Ich habe vor ewigen Zeiten, also ich glaube vor knapp fünf Jahren oder so, schon mal eine Serie zur Joomla 3.5 aufgenommen. Und damals, als ich diese Serie aufgenommen habe, war das alles noch deutlich weniger komfortabel. Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, ich gehe jetzt heute mal tatsächlich einen Weg, von dem ich der Meinung bin, dass der für die Ersterstellung eines ersten Inhaltes vielleicht erstmal am einfachsten nachvollziehbar ist. Ich zeige euch später dann nochmal, wie das Zusammenspiel von Inhalten, also von Beiträgen, Menüs und so weiter nochmal ganz konkret läuft. Aber wir fangen jetzt erstmal an und erstellen uns einen neuen Menüpunkt. Also ein Menüpunkt ist letztlich nichts anderes als ein Link, so müsst ihr euch das vorstellen. Also ihr braucht ja auf eurer Seite letztlich Links, auf die man draufklicken kann. Also in diesem Fall seht ihr ja, wenn wir im Frontend sind, haben wir hier so ein Hauptmenü. Hier gibt es einen Home-Link. Im Moment haben wir halt nicht mehr als die Startseite, also soll der schöne Link auch hinführen, halt eben nirgendwo hin. Und das ist unser Punkt, wir wollen jetzt hier einen weiteren Link, einen weiteren Menüpunkt machen, der uns dabei hilft, unseren ersten eigenen Inhalt anzuzeigen. Und das machen wir jetzt. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch, oh ich sehe gerade, guck mal hier, bei den Shortlinks ist das gar nicht drin. Okay, dann gehen wir nicht über die Shortlinks, sondern wir gehen hier über die linke Seite, über das Sidebar-Menü, klicken da einmal drauf, dass sich das hier so aufklappt und haben jetzt hier ein bereits zuvor erstelltes Hauptmenü. Wir können beliebig viele Menüs erstellen, das macht manchmal Sinn, vor allem bei mehrsprachigen Seiten. Meistens kommt da aber mit einem Menü aus und in einem späteren Video zeige ich euch auch nochmal, warum das eventuell sogar Sinn machen könnte, eher ein großes Menü aufzubauen als 195 viele kleine. Es kann aber zum Beispiel sein, dass es Sinn machen könnte, für den Footer oder irgendwie Teilbereiche der Seite nochmal tatsächlich aus irgendeinem Grund gesonderte Menüs zu machen, die nicht mit einem Hauptmenü zusammenhängen, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Wir klicken jetzt also erstmal hier ganz simpel auf diesen kleinen Plus-Button und der hilft uns jetzt dabei, einen neuen Menüpunkt zu erstellen und den nennen wir jetzt erstmal Testbeitrag. Wir geben dem Ganzen einen Namen und ihr seht hier, hier auf der rechten Seite ist so ein Alias-Feld also in der suchmaschinenfreundlichen Adresse. Das bedeutet, also der geht jetzt hier erstmal hin und macht automatisch aus meinem Titel dann so einen eigenen Alias. Also das wäre in dem Fall jetzt kleingeschrieben Testbeitrag und das wäre später, wenn wir unsere Seite korrekt eingestellt haben, da kommen wir auch später nochmal zu, wäre das dann automatisch unsere URL, unter der wir das Ganze dann sehen. Also in dem Fall dann zum Beispiel Joomla 4 quasi Merch slash Testbeitrag. So, wir sind jetzt hier erstmal und sehen jede Menge Krams, den wir möglicherweise dann erstmal gar nicht verstehen. Womit wir anfangen wollen, ist halt tatsächlich, dass wir erstmal auswählen, was wollen wir denn überhaupt für einen Menü-Eintragstyp benutzen. Also das heißt, was soll unser Link überhaupt können. Dafür klicken wir hier einmal rechts auf auswählen und kriegen jetzt hier wieder so ein Fensterchen, bei dem wir tatsächlich jetzt erstmal möglicherweise erschlagen werden. Wir machen es uns ganz einfach, also ich werde euch das hier auch noch im Detail erklären. Wir nehmen jetzt erstmal als gegeben hin, dass ihr hier oben bei Beiträge aufklickt und aus dieser Liste hier auswählt, einzelnen Beitrag. Wir wollen also jetzt erstmal nichts anderes machen, außer einen einzelnen Textbeitrag mit Hilfe eines Links darstellen. Deshalb nehmt jetzt erstmal als gegeben hin, dass wir eben das hier auswählen. Und tatsächlich kann ich euch sagen, das wird in ganz, 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 ganz vielen Seiten, bei sehr, sehr vielen Seiten, die ihr erstellt, wahrscheinlich auch tatsächlich das Einzige sein, was ihr jemals einstellt. Natürlich gibt es auch oft Kategorie-Blocks oder so, aber ich kann euch sagen, diese Auswahl hier einzelner Beitrag, die kommt ganz, ganz häufig vor. Also ich würde mal fast schätzen, irgendwie 70 oder 80 Prozent eurer Menüpunkte bestehen wahrscheinlich aus Links zu einzelnen Beiträgen. So und jetzt kommt eben das Tolle, was halt bei vielen der neuen Versionen von Joomla mit dabei ist. Also ich weiß nicht, ich glaube irgendwie ab Joomla 3.6 oder 3.7, ich weiß nicht mehr genau, kam das dazu, dass ihr, wenn ihr hier einen einzelnen Beitrag auswählt, dass ihr direkt jetzt hier einen erstellen könnt. Früher war immer der Umweg und das ist auch das, weswegen ich jetzt hier diese Brücke schlage nochmal. Früher musste man immer zuerst einen Beitrag erstellt haben und konnte den dann hier auswählen. So und das musste ich natürlich auch damals in meinem ersten Video abfangen und das macht das Erklären so ein bisschen schwer, weil die Leute denken dann so, jo, ich habe jetzt hier einen Inhalt eingetippert, warum erscheint der denn irgendwo? Und jetzt können wir das Ganze hier stringent machen. Wir haben also jetzt erstmal hier einen Menüpunkt erzeugt, der Testbeitrag heißt und der soll später einen einzelnen Beitrag darstellen. Da wir jetzt noch keinen geschrieben haben, können wir jetzt hier auf der rechten Seite auf Erstellen klicken. Wenn wir auf Auswählen klicken würden, dann wäre jetzt hier, dann würde uns, wenn es solche geben würde, dann würden die hier dargestellt werden. Es gibt aber eben keinen und deswegen hier ganz clever gibt es diesen Button Erstellen. Jetzt geht so ein neues Fenster auf und hier kann ich jetzt eben einen Beitrag schreiben, unser erster Testbeitrag. Da kann ich jetzt mal eben bla bla reinschreiben und an den ganzen anderen Sachen stelle ich jetzt erstmal nichts ein. Also da kommen wir dann später auch nochmal zu. Das lasse ich jetzt erstmal so wie es ist. Speicher und schließe. Und jetzt seht ihr, hier ist automatisch dann unser erster Testbeitrag verknüpft. Also es ist jetzt automatisch ein Beitrag erzeugt worden. Wenn wir hier nochmal auf Bearbeiten klicken, geht wieder dieses Modalfenster auf. Dann können wir den auch nochmal nachbearbeiten, wollen wir jetzt aber in diesem Fall nicht. So, so können wir das jetzt lasten, speichern das Ganze einmal und ihr seht jetzt ist automatisch dieser Alias erzeugt worden, also später eure suchmaschinenfreundliche URL. So, damit ist erstmal jetzt das Wichtigste getan und wenn wir jetzt auf der Seite im Frontend einmal schauen und aktualisieren, seht ihr, dass hier im Hauptmenü automatisch ein neuer Link entstanden ist. Der heißt Testbeitrag und hier seht ihr quasi das geschriebene bla bla. Das war jetzt ganz ganz simpel, also ich finde das echt klasse, dass das jetzt so gelöst ist, aber trotzdem möchte ich halt nochmal darauf hinweisen, um das so ein bisschen klar zu machen. Das war halt nämlich eine Krux, die ich damals ganz zu Anfang halt nicht verstanden habe, die aber bis heute auch tatsächlich halt ein wichtiger Bestandteil von Joomla ist. Und das Wichtige ist, es muss halt immer einen Menüpunkt geben für die Sachen, die ihr anzeigen wollt. Also daraus generiert sich dann eben diese suchmaschinenfreundliche URL oder daraus generiert sich generell, wie das Ganze mit den URLs zusammengebaut werden soll. Also welche Seite dann angezeigt werden soll, das läuft über das Joomla eigene Routing-System, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Das heißt also, das ist ganz ganz wichtig, also wenn euch das dann irgendwann jemals passiert, dass ihr da euch wundert, warum ist jetzt so ein Beitrag dann nicht da, dann hängt das eben damit zusammen. Und ich möchte jetzt eben auf diesem Wege dann gleichzeitig nämlich nochmal zeigen, was jetzt passiert, wenn wir den anderen Weg gehen. Das heißt also, wir haben jetzt hier einfach den Weg gewählt, dass wir ein Menü erstellt haben. Also hier dieser Bereich ist dann wirklich dafür da, diese Links, die es auf eurer Seite gibt, dann zu verwalten. Es gibt aber halt eben hier diesen Inhaltsbereich und da sind dann jetzt all unsere Beiträge drin, die wir schreiben oder geschrieben haben. Und wenn wir jetzt eben einmal da draufklicken, sehen wir so eine Übersicht. Und ihr seht jetzt, das ist dieser Beitrag mit dem Blabla, den wir geschrieben haben, der ist jetzt hier als fertiger Beitrag erschienen. Und wir können jetzt hier aber zum Beispiel direkt auf das Plus drücken. Und jetzt kommen wir wieder in dieses Beitragsfenster rein, was ihr vorhin schon mal in diesem Pop-Up-Modal-Window gesehen habt. Das heißt, ihr seht jetzt, hier können wir wieder einen Beitrag schreiben und den nennen wir jetzt mal unser zweiter Beitrag. So, da können wir jetzt mal wieder ein bisschen hier irgendein Käse mal reinschreiben. So, alles klar, reicht jetzt erstmal. So, jetzt speichern wir das Ganze. Ihr seht, auch hier ist dann ein Alias, der erzeugt wird. Der ist zum Beispiel dann wichtig, wenn ihr später einen Blog aus euren Artikeln macht. Also das heißt im Moment, wenn ich jetzt immer nur auf einen einzelnen Beitrag verweise mit einem Menüpunkt, dann erzeugt sich diese suchmaschinenfreundliche URL immer aus dem Menüpunkt. Das heißt also, diese hier, die wird gar nicht auftauchen. Die ist dann quasi nur intern. Ja, die taucht aber dann auf, wenn jetzt zum Beispiel sagt, sagen wir, ihr wollt jetzt mal einen Neuigkeiten, News, Aktuelles. Ihr wollt sowas verwalten und habt dann so eine Seite, wo man dann halt aufgelistet hat, diversen Artikel. Zum Beispiel alle Artikel von Februar. Und wenn man dann auf einen Artikel draufklickt, dann wird man zu einer Detailseite geleitet, wo halt nur dieser Artikel hier angezeigt wird. Und dann wird halt eben diese, upsala, jetzt habe ich ja Mist gebaut, dann entsteht halt eben diese URL. Dafür ist die halt eben wichtig. So, aber wir gucken uns nochmal an, was es hier noch eben gibt in unserem ersten Blick. Das heißt also, wenn ihr hier jetzt diesen Beitrag erstellt habt, seht ihr jetzt tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben den jetzt geschrieben. Erscheinen tut der aber einfach erstmal nirgendwo, weil wir in keiner Art und Weise auf diesen Beitrag verwiesen haben. Das heißt, wir haben keinen Menüpunkt gemacht, der auf einen einzelnen Beitrag verweist. Und genauso wenig haben wir aber einen Menüpunkt gemacht, der zum Beispiel eine Kategorie von Beiträgen anzeigt. Und ja, deswegen sehen wir den halt eben gar nicht. Ich möchte euch aber trotzdem mal ganz kurz im schnellen Durchgang noch zeigen, was wir hier in diesem Beitragsfenster sehen. Also das wird eins der Fenster sein, in denen ihr euch sehr, sehr häufig bewegt. Und übrigens sehen also tatsächlich auch die Fenster von anderen Komponenten vergleichbar ähnlich aus. Das heißt also, ihr werdet euch dann immer wieder finden, wenn ihr euch in solchen Komponenten bewegt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel erstmal den Reiter Inhalt. Und im Reiter Inhalt habt ihr jetzt hier einmal dieses große Textfeld, wo ihr dann halt euren Text reinschreiben könnt, der auf der Internetseite dargestellt wird. Also dieses Blabla hier zum Beispiel. Dann haben wir auf der rechten Seite den Status. Das heißt also, hier kann man festlegen, ob das Ganze ein veröffentlichter Beitrag sein soll, ob der versteckt bzw. unveröffentlicht sein soll, ob man den in den Papierkorb zum Wegwerfen, also Löschen legen möchte, oder ob der einfach quasi archiviert sein soll. Auch damit wird er dann nicht angezeigt. Üblicherweise in den meisten Fällen habt ihr das hier veröffentlicht oder versteckt und ab und zu schmeißt ihr natürlich auch mal Beiträge weg. Dann bin ich aber einer, der relativ zeitnah dann auch den Papierkorb löscht. Das heißt also, bei mir gibt es relativ selten Artikel mit dem Status Papierkorb. Hier haben wir die Kategorie. Momentan gibt es nur die eine Kategorie. Die wird standardmäßig mit Joomla eingesetzt. Also ich würde euch da auch dann empfehlen, also ich lösche die Kategorie eigentlich nie. Das bringt hinterher dann nur irgendwie Unruhe rein. Ich benenne die auch ungern um. Also üblicherweise lasse ich die Kategorie Uncategorized immer einfach so stehen, wie sie ist. Und wenn ich selber eigene Kategorien brauche, erstelle ich mir neue auf demselben Berechtigungslevel. Da kommen wir später nochmal zu. Aber ich würde euch grundsätzlich, wenn ich halt schon mal dabei bin, dazu raten, löscht die nicht. Das kann teilweise manchmal zu Problemen führen. Also zumindest hat es auf manchen Seiten früher bei mir zu Problemen geführt. Deswegen lasse ich das lieber immer so, bevor ich da jetzt direkt an dieser Grundeinstellung rumfummel. Das wird wahrscheinlich auch in eurem Fall das Sinnvollste sein. Wir haben hier noch die Möglichkeit, das Ganze als Haupteintrag zu flaggen. Also ihr könnt den Haupteintrag so ein bisschen vergleichen mit einer Kategorie. Das wird zu einer Datenbank anders abgespeichert. Aber im Endeffekt ist das so, dass ihr alle Haupteinträge so ein bisschen sehen könnt, als wenn es eine eigene Kategorie wäre. Das heißt, es gibt also auch bei den Menüpunkten später die Möglichkeit zu sagen, zeig mir alle Haupteinträge als Kategorieblock an. Tatsächlich habe ich das bisher noch nie wirklich genutzt. Also ich weiß, dass es Kollegen oder auch Seiten gibt, wo das so eingesetzt wird. Üblicherweise habe ich aber immer auf eine eigene Kategorisierung zurückgegriffen. Aber das ist hier vielleicht möglicherweise ganz nützlich für den einen oder anderen. Also wenn ihr das hier dann auf Haupteintrag Ja setzt, dann wird dieser Beitrag angezeigt, wenn ihr zum Beispiel alle Hauptbeiträge ausgeben lasst. So, dann haben wir hier noch die Zugriffsebene. Das heißt, ihr könnt also diesen Artikel für verschiedene Benutzergruppen zugänglich machen. Also üblicherweise ist das immer Public, also heißt öffentlich, bedeutet jeder kann den sehen. Es gibt aber hier, seht ihr auch weitere. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch einen Artikel auf Gäste oder Registered setzen. Dann kann man den nicht mehr so ohne weiteres sehen. Dann braucht man erst Zugangsdaten, um sich auf der Seite einzuloggen. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man meinetwegen irgendwie so auf einer Vereinswebseite hat, irgendwelche internen Vereinsinformationen, die nicht jedes Vereinsmitglied so sehen soll oder jeder Besucher der Webseite. Dann kann es Sinn machen, diese Inhalte zum Beispiel nur registrierten Benutzern zugänglich zu machen. Oder auch das werden wir in späteren Videos sehen. Es gibt auch eigene Zugriffsebenen, die wir erstellen können. Also ihr habt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Artikel für verschiedene Benutzergruppen freizugeben oder eben auch nicht freizugeben. Und das macht man hier über diesen Bereich. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, sogenannte Schlagwörter zu vergeben. Also wir können jetzt hier einfach ein Schlagwort mal reinschreiben und sagen einfach Test und Komma getrennt ist das Ganze. Wir können jetzt sagen Test 2. Das sind jetzt natürlich sehr, sehr nichtssagende Schlagworte. Aber die können wir jetzt dann mit eingeben. Ups, ah, guck mal, ihr seht, ich habe da Mist gebaut. Das ist natürlich Kacke. Ich glaube, dann müssen wir sie doch einzeln eingeben. Ja, okay, müssen wir doch. Test 2, ja. So, das heißt, hier können wir jetzt einfach so Schlagwörter vergeben. Das kann gegebenenfalls nützlich sein, um neben der Kategorisierung das Ganze hier auch nochmal einsortierbar zu machen. Das ist vor allem dann interessant, wenn man später mit Filtermodulen arbeitet. Das heißt also, man könnte zum Beispiel dann so, ja, ich zeige das mal eben. Ah, Mist. Man könnte dann zum Beispiel hier solche Filter umsetzen, dass eben hier alle Sachen angezeigt werden oder so. Und dafür können halt eben diese Tags möglicherweise ganz nützlich sein, neben diesen Kategorien. Also das ist einfach nur eine weitere Sortierungsmöglichkeit zu der Komponente Tags. Also das ist eine ganz eigene Komponente, zu der kommen wir später auch nochmal. Ja, und dann haben wir hier nochmal, dass wir ein paar Notizen machen können oder Versionshinweise. Also das ist dann vor allem dann wichtig oder interessant, wenn man mit vielen oder mehreren Redakteuren an der Seite arbeitet. So, dann haben wir hier einen weiteren Reiter. Der nennt sich Bilder und Links. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, die Bilder, die wir bei diesem Beitrag benutzen wollen, wenn wir denn welche benutzen wollen, die hier zu verwalten. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel jetzt ein Einleitungsbild festlegen, das dann bei einer Blogdarstellung genutzt wird oder wie auch immer. Wir können hier ein komplettes Beitragsbild festlegen. Da kann ich euch aber sagen, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wann, ob und wie dieses Bild angezeigt wird, ob euer jeweiliges Template das unterstützt. Also es kann halt sein, dass je nachdem, wo ihr das Template herhabt, dass die dann nicht mit einem Einleitungsbild arbeiten. Und dann kann es sein, dass ihr hier ein Bild einstellt und das aber irgendwie nie seht. Das müsst ihr dann gegebenenfalls in euren Templates nochmal überprüfen. Ja, das erfordert dann natürlich gegebenenfalls Kenntnis vom Code. Aber üblicherweise benutzen die meisten für halt ein Beitragsbild von Blogs halt tatsächlich immer dieses Intro-Image. Das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, denke ich mal. Das heißt, üblicherweise solltet ihr das so benutzen können. Ich zeige halt später im Bereich der Kategorisierung und wenn wir da so einen Blog auch mal aufbauen, kann ich halt gerne nochmal zeigen, wie sich das später darstellt. Verwaltet werden halt diese Bilder zu dem jeweiligen Beitrag dann halt eben hier. Das heißt, ihr könnt ja noch ein bisschen Text dazufügen, eine CSS-Klasse für das Bild oder auch eine Caption-Bildunterschrift. Ja, und dann gibt es hier Link A, Link B und Link C. Auch das ist genau das Gleiche wie mit den Bildern. Euer Template muss natürlich das Ganze mitbringen, dass eben diese Sachen, die ihr hier eintragt, überhaupt mit angezeigt werden. Soweit ich weiß, bringt das Cassiopeia das natürlich alles mit. Aber das ist dann je nach Template halt gegebenenfalls unterschiedlich. Üblicherweise sind das aber so Felder, ich sage jetzt auch, ich spreche halt immer so ein bisschen aus der Praxis auch, die ich relativ selten benutzt habe. Ich weiß nicht, wie das in der Kollegenschaft da aussieht, ob das bei denen genauso ist, aber ja. Ist ganz nett, die zu haben, gegebenenfalls für den einen oder anderen, der da auch mit Template-Experimenten rumeiert oder so. Aber üblicherweise benutze ich die halt eher selten. Ja, dann haben wir den Reiter Optionen. Das ist dann schon wieder ein bisschen wichtiger. Also hier können wir zum Beispiel festlegen, so ein gesondertes Layout. Das heißt also, wenn wir einen eigenen gebastelten Override gemacht haben für eben diesen Artikel, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber dann könnten wir das hier einstellen. Im Moment lassen wir das mal einfach so stehen, wie es ist. Das heißt also, alles kommt von dem Cassiopeia. Wir können hier zum Beispiel festlegen, ob der Titel angezeigt werden soll und so weiter und so fort. Also jede Menge Optionen, die es da zum Einstellen gibt. Zu den Optionen kommen wir aber natürlich auch nochmal in einem weiteren Video. Dann haben wir hier noch im weiteren Reiter Veröffentlichungseinstellungen. Das heißt, hier können wir festlegen, zum Beispiel, ob das ein zeitgesteuerter Artikel sein soll, der zum Beispiel oder sich von morgen bis übermorgen online gehen soll. Wir können hier festlegen, wer diesen Beitrag geschrieben hat. Wir können auch hier einige Metadaten festlegen, die dann halt für die Suchmaschinensachen ganz interessant und nett sein können. Also heißt, all diese Sachen, die zum Thema Veröffentlichung gehören, finden sich hier. Wir können jetzt hier noch ein paar Sachen zum Konfigurieren des Editor-Fensters machen. Üblicherweise habe ich aber hier auch nie wirklich was umgestellt. Deswegen behandle ich das jetzt mal ein bisschen stiefmütterlich. Und ja, ihr könnt ja was einstellen, aber ja, müsst ihr nicht. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu den Berechtigungen. Das ist dann halt, wer diesen Beitrag bearbeiten kann und so weiter und so fort. Auch da machen wir jetzt erstmal nichts, weil die Berechtigungen kommen später beim Thema Benutzer. Das heißt, hier lassen wir jetzt erstmal alles, wie es ist. Hier stellen wir nichts ein, aber hier können wir natürlich dann Berechtigungen festlegen, auch nochmal gesondert für diesen Artikel, ob der von wem und wie und was bearbeitet werden darf. Üblicherweise würde ich sowas aber nicht, diese Berechtigung jetzt nicht gesteuert auf diesen einen einzelnen Artikel machen, sondern eher auf eine Kategorie von Artikeln oder so. Aber gegebenenfalls kann es ja für den einen oder anderen Artikel in eurem Workspace mal wichtig sein. Ja, dann haben wir eigentlich einmal das komplette Inhaltsfenster durch. Das heißt also, so wäre das jetzt, wenn ihr einfach so Beiträge anlegt. Also es ist nicht so, wie ich das Ganze am Anfang gezeigt habe, dass ihr zwingend immer einen Menüpunkt machen müsst. Denn es kann ja wie gesagt jetzt auch sein, dass ihr halt einfach diese beiden Beiträge als Block ausgeben möchtet. Und ich wollte halt nur einmal eben zeigen, wie wir ganz schnell jetzt hier eben eine Gruppe von Beiträgen dann anzeigen können, beziehungsweise wie wir ganz schnell mal eben unseren ersten Beitrag anzeigen können. Und ich zeige jetzt, nachdem wir hier einen Beitrag erstellt haben, zeige ich jetzt auch nochmal, wie wir eben einen weiteren Menüpunkt erstellen. Wir gehen also jetzt nochmal ins Hauptmenü, klicken das an, sehen jetzt, wir haben hier unseren Home-Eintrag, unseren Testbeitrag, klicken jetzt hier oben dann links einmal auf Neu oder halt eben alternativ auf dieses Plus. Das geht natürlich auch. Wir kommen an die gleiche Stelle. So, und jetzt sagen wir einfach Beitrag 2 nennen wir. Unser Menüpunkt ist jetzt nicht gerade kreativ, aber so heißt er jetzt eben. Wir klicken jetzt auf Auswählen, sagen wir da, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, einzelner Beitrag, bekommen jetzt hier entweder die Möglichkeit, selber einen zu erstellen oder drücken hier auf dieses Auswählen-Feld, denn jetzt haben wir jetzt welche. Und jetzt sagen wir, alles klar, wir wollen jetzt unseren zweiten Beitrag haben, der soll jetzt auch dann noch dargestellt werden. So, zack, der kriegt dann hier direkt eben eine eigene URL, auch Beitrag minus 2. Das leitet sich dann eben hier draus ab. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr eine eigene wollt, könnt ihr natürlich auch da hinten was dran schreiben. Und eine eigene machen. Das ist dann halt nur ein netter Vorschlag von Joomla für euch. Und wenn wir jetzt eben auf die Frontpage gehen, sehen wir, alles klar, jetzt sehen wir hier einen Link Beitrag 2. Der bekommt dann oben auch eben genau diese URL und den könnt ihr dann eben so aufrufen. Ja, damit würde ich sagen, haben wir jetzt einen ersten Inhalt, beziehungsweise sogar schon einen zweiten. Wir haben zwei Menüpunkte erstellt und ich denke mal, damit kann man jetzt tatsächlich erstmal sogar schon mal so ein bisschen so eine Seite aufbauen und hat jetzt zumindest schon mal erstmal so einen groben Überblick, wie funktioniert das Ganze hier. Wir werden das jetzt noch ein bisschen vertiefen und gucken uns jetzt im nächsten Video dann einmal an, was sind Komponenten, was sind Plugins und was sind Module und wie bringe ich das Ganze auf meiner Seite später zusammen. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Das war's.